Lasst uns gehen. Ja, siehst du hier? Bleibend. Ja, kann natürlich auch sein, dass halt jetzt irgendwie... ...unterwegs noch was passiert und sich die Frage sowieso erledigt hat. Das sollte es sein. Wir sind gerade unter dem Zentrum von Crawford. Die alte Schule sollte direkt vor uns sein. Okay, Leute. Das ist es. Erinnere den Plan. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben hidden. Und wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen. Und wir kommen zur Hölle raus, bevor jemand überhaupt weiß, dass wir da sind. Entstanden? Und das ist das, was ich nahe. Das geht für dich. Das geht für dich. Seiner Gruppe. Und wir flüchten von Savannah. Ich denke tatsächlich, dass der Doktor sterben wird. Das ist so mein Verdacht irgendwie. Und ich kann mir auch vorstellen... Naja, wohl, nee. Ich glaube, der Doktor stirbt. Der Doktor. Wir werden uns wahrscheinlich... Wir kommen bestimmt in eine Situation, wo wir uns entscheiden müssen. Irgendwie zwischen ein oder zwei Personen wieder. Hat man ja fast jetzt immer. In jeder Episode. Also wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall... Falls wir dazukommen, zwischen Ben und irgendwen anderen zu entscheiden, würde ich den Ben nehmen. Weil der hat uns in die ganze Scheißlage auch teilweise gebracht. Und da hat der Maul immer noch nicht aufbekommen, wo das denn war mit der anderen, wo wir da angehalten hatten, die erschossen wurde. Ja, tatsächlich denke ich. Aber dass das Spiel uns diese Wahl nicht lässt, irgendwie. Ich habe fast Angst, irgendwie. Also, weil in der Position würden sich wahrscheinlich alle Spieler dafür entscheiden, Ben zu opfern. Ja. Aber wahrscheinlich werden die sagen, irgendwie, rette den Arzt oder rette die Schwangere. Ich komme gerade auf ihren Namen nicht, zum Beispiel. Äh, Christa oder wie auch immer sie hießt. Ja, Christa, genau. Der Junge schreibt auch gerade, hoffen nur, es wird nicht wieder so eine Truppe wie in Folge 2. Ja, die wird tatsächlich, glaube ich, noch schlimmer sein. Und irgendwie. Achso, achso. Na, Kannibalen werden es hoffentlich nicht... Kannibalen werden es hoffentlich nicht sein. Ja, na dann. Let's do it, ey. Scheiße. Ne? Hallo, let's go. Hallo. Ich bin uns halb beknallt wie die Hasen, sie jetzt auch schon kommen, ey. Wo ist alle? Es sollten die Garten, die Patronen. Was? Sind Sie entschuldigt? Es ist einfach nur verrückt. Was ist alles? Ich denke, ich sehe einen da vor der Tür. Okay. Können wir ihn anruhen lassen? Einfach dran vorbei sneaken? Ich versuche ihn zu spät. Ich versuche ihn zu spät. Der Rest von euch warten auf unser Signal. Dann folgen uns über. Jeder hat das? Okay, Kenny. Lass uns das spät. Sollen wir tödlich folgen oder betäuben? Wenn wir die Wahl haben? Also ich würde, wenn denn er, betäuben anstelle von tödlich. Weil, dann sind wir ja keinen Millimeter besser als die Truppe da. Ja, ne, wir wissen tatsächlich. Heute, 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 Alter. Jetzt einfach einen mit dem Hammer. In your face, Alter. Ja, wir hätten es auch ausdiskutieren können. Da hast du recht, ja. Scheiße, sind die alle tot in Crawford? Ja, die haben es alle selber nicht geschafft. Die haben sich alle selber umgebracht, oder so. Was ist ein Walker hier drin? Geh rein, schnell! Geh rein! Geh rein! Oh, was, was ist, was hat der Chris Hatch wieder gesehen? Ja, tatsächlich sind mir die Walker aber lieber als menschliche Gegner jetzt, irgendwie. Muss ich sagen. Die sind zwar trotzdem gefährlich, irgendwie, aber halt, irgendwie, besser als abpicknett zu werden irgendwo. Also, nicht besser, aber... So bist du nur Nahkampf. Du glaubst, sie haben uns gesehen? Nein. Was, was, was? Ich habe jetzt nicht... Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, was war die Frage. Ja, ob sie uns gesehen haben. Was der hell ist hier passiert? Ich dachte, dieses Ort sollte sicher sein. Hey, ojo, grüß dich! Was immer passiert, ich glaube. Im Endeffekt wird die Minder immer gewinnen. Oh Mann, wir sind so verabschiedet. Nein. Schau, das ist gut. Ah. 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 Er ist richtig. Ah, pfff. Wir können mit Walkern einfacher besser als unsere Garten. Ich glaube. So lange als wir nicht die Minderung uns in, wir können immer noch das machen. Der Plan hat nicht verändert. Der Plan hat nicht verändert? Der Plan hat nicht verändert? Ja, Jojo ist angekommen, ja? Schön. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Ich habe ein schade Gefühl, ja, Obi-Wan. Ben Kenobi. Schön. Ist das eine Anspielung jetzt? Okay, das X markiert die Scheißstelle. Ja. Ja. Ja, da fummelt er nicht rum. Lass das doch einfach so. Geht doch einfach weiter. Ja, genau. Also überall, wo nichts drauf ist, würde ich nicht reingucken. Ja. Was ist in der Box? Was ist in der Box? Hier. So. Vendettadock. Grüß dich. Ja, es geht weiter mit Walking Dead. Everybody in. Episode 4. Also für die, die jetzt gerade mit dazugekommen sind, irgendwie, äh, wir wollten ja in Savannah ein Boot finden und damit abbauen, aber wir haben keins gefunden. Das einzige, was wir gefunden haben, ist in einer Garage und dafür brauchen wir Benzin und wir brauchen eine Batterie. Und die denken wir jetzt hier in so einer gewissen Ecke zu finden. Figuren. Ist das eine Schule, wo wir uns jetzt reingeschlichen haben? Wir brauchen eine Universität oder irgendwas mit den Spinnen draußen. Also, eine Universität, wenn ich mir das da angucke, das sind ja Grundschulzeichen, oder? Okay, so jetzt was? Wo müssen wir anfangen? Ah, stimmt. Armory. Ach, die Schande. Oh Gott. Danny, kannst du das mal schnell aufzeichnen? Ja, du, ganz super. Also, schnell. Gib mir einen Moment. Okay, Motor... Motorpool? Also, wir brauchen ja keinen Motor. Wir brauchen ja Benzin und Batterien. Und, wie können wir ein bisschen Energie für das Boot finden? Für das Boot. Es gibt eine Maintennungsschette von dem Spielplatz, hier. Wenn sie Energie und Energie sind, wäre das wahrscheinlich, wo es sein wird. Okay, okay. Hast du keine Idee, wo wir die Medikamente kommen? Vielleicht in der Auto-Karte. Ja. Es gab einen in der Alley, außerhalb des Feuerescapes. Okay. 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 Ja, 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 ja. Genau hier. Die Medikamentstation. Sie benutzen sie als Medikamente. Wie kennst du das? Wie kennst du das? Das macht einfach Sinn, nicht wahr? Okay. Hm. Okay. Es wird schneller, wenn ich mit dir gehe. Ich kann dich direkt zu. Ich komme auch. Nein, zwei Menschen ist genug. Du bleibst hier. Siehst du, ob du irgendwelche von den Werkzeugen hast, die wir brachten, um diese Armourie zu öffnen. Wir brauchen vielleicht unseren Weg raus. Ich gehe für die Medikamente. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Schau dir zurück. Okay, wir haben einen Plan. Alles klar. Bleib bei uns. Bleib bei uns. Wir werden alle wieder hier. Komm, was immer mehr. Gute Glück. Nein, auf gar keinen Fall. Nein! Sie bleibt da nicht... Nee! Clementine! Nee, es ist bei uns. Was über mich? Was kann ich tun? Ich brauche, dass du hier mit Ben und über die Kräfte stehst. Ich brauche dich mit dir in charge. Okay? Du bleibst mich mit Ben? Ich bleib nicht mit Ben. Ich bleib ihn mit dir. Entstanden? Oh, okay. Zurück bevor du ihn weißt. Ich sage, Fetus, da fügt mich nicht wohl bei. Nee, ich auch nicht. Ich habe Bedenken. Ganz starke Bedenken. So, kurz hier mal ein Blick rufwerfen. Wo sind wir denn? Was mit Ben? Warum mögen wir Ben nicht? Ja, Ben hat natürlich uns in der vorigen Episode, hat gebeichtet, dass er den Banditen die ganze Zeit irgendwie die Medikamente und so gegeben hat. Und dann hat er in dieser Episode, war er mit der kleinen Clementine vor, musste er vor Walkern fliegen und stand Mauer, also mit dem Rücken zur Wand irgendwie und hat die Kleine da stehen lassen. Er hat sich selber verpisst. Genau. Ohne die Kleine zu retten. Deswegen mögen wir Ben nicht mehr. Da sagten wir nur, ab mit dem Kopf! Und so wird es auch sein, irgendwie. Und wir haben schon so einen Tipp bekommen irgendwie, dass auf dem Boot nicht hier noch Plätze sind. Und deswegen... Ab mit dem Kopf! Deswegen kommt er schon, ah okay, blöder Typ. Ja, aber das Spiel ist so unfair, was das angeht, das wird uns wahrscheinlich nicht die Wahl lassen. Wenn wir keine gute Medizin finden, dann wäre es der Ort, um zu schauen. Wir haben gesagt, die Entrance zur Auto-Shop war in der Alleyway durch dieses Feuerescape. Hast du jetzt eigentlich aufgepasst, wohin wir eigentlich hin? Was holen wir? Batterie! 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 Ähm, soll ich jetzt alles durchsuchen oder soll ich einfach rausgehen? Nee, hier äh... Ja, ich würde eher sagen Batterie suchen. Okay, gut. Dein Feuerleiter. Ach, das hast du dir gemerkt? War dringend bei der Feuerleiter? Nee, hat er gesagt, dadurch kommst du zum Motorpool. Ach, okay. Oh, wer wird dein Beikönig? Oh, wer wird dein Beikönig? Ah... Es sieht aus, dass er sich als eine Art Supremleiter ist. Genau. Supremleiter. Oh, krass. Kinder unter 14 nicht erlaubt, Alter. Oh, das ist ein Dreckspack. Oh, das ist ein Dreckspack. Hoffentlich seid ihr alle tot. Nee, du musst sogar da. Komm mal da, ne? Ja, hast ja gesehen, die sind ja alle, ne? Sind ja alles, äh, zum Base. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Der Alleyway zu den Autoschoppen ist hier. Kommt ihr oder nicht? Ja, komm mir doch. Ja. Warte mal, warte mal. Warte mal, was ist denn hier alles? Ich... Stopp mal. Wollen wir kurz mal gucken hier. Blut jetzt... Na? Na? Also, wir finden da was nützliches? Na ja, wahrscheinlich finden wir, wo ein Zombie ja so Logan irgendwie so auf der Weste zu stehen hat. Stipp, 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 stipp. Okay. Das hört sich aber dahinter nicht, nicht so... Das muss die Tür zu den Alleyway, wo die Autoschoppen ist. Aber wo ist Molly? Molly! Ja, Molly ist halt einer von hier, ne? Irgendwie. Machen wir uns nicht vor. Machen wir uns nicht vor. Sind Sie hier raus? Scht! Ich glaube, ich gehe nicht da. Ja, ist, äh, richtig. Ist sie da? Ich denke, na ja, gut. Dies way. Lieferungen wieder dort. Lieferungen wieder dort. Schön. Das ist, äh, großartig. Glutasbisch, oh scheiße. Alles klar, Plünderer werden erschossen. Was haben wir hier noch? Haben wir hier irgendetwas? Schön nicht? Kommen wir hier irgendwie? Eine Axt oder irgendetwas? Oh, was haben wir da? Loch? Nein. Ah. Damit du da so rüberkommst und durchkommst und so. Da ist Molly bestimmt schon lange durch. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die ist über der Wand. Tuck, tuck, tuck. Prince of Persia Style. So, das glaube ich können wir nicht aufschieben. Aber wir probieren es trotzdem. Können laut sein. Oh. Ah. Stuhle mehr essen. Es ist damn tight. Na gut. So, kann ich den hier nieder... Ah. Das ist aber nicht so schön. Better not get too close. Ah, sova. So, okay. Die machen doch nur Würfelspiele, ne? Kennt man ja so. Würfel hier so. Würfel? WAH! NIE! 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 Wo ist der denn hier? Er ist aus der... Krankenstation wahrscheinlich. Er ist mir. Wo hast du? Ich glaube, sie sind gerade ein bisschen Rache. Nur ein bisschen. Das ist bestimmt Globen. Molly! Was? Chill mal, deine Base, Alter. Globen, du hast die Md nicht. Ich denke, du hast es. Eine weitere. Für Glück. Er hat Medikamente. Einen typischen Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, gut. Er ist nicht verdammt. Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja. Aber die Garage-Tür ist verabschiedet. Ich kann es nicht. Tja, dann wird wohl einer drunter durchkrabbeln müssen. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Kann sie nicht mit einem... Wagenheber. Oh, ja. Das funktioniert. Ja, das könnte jetzt Lauf werden, ne? Na, der Zaun wird auch nicht ewig halten, so wie er aussieht. Na dann. Hoppidi! Aber schnell! Komm, pump den Jamm. Pump ihn ab. Ja, Wagenheber hat man immer in der... in der Handtasche dabei. Oh, ich... 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 Oh... Oh, ich... Oh. Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh... So, brauchen wir zum Glück nur eine B-B-Battery. So, dann lass mal einen Wagen runter. Okay. Ist aber so ein smoother Gang hier, Alter. So, komm ich jetzt hier irgendwie, ist da ein Nebenraum. Okay. Mal da. Ja. Uh, okay. Ach so. Ja, da würdest du das natürlich, ne? Ist klar. So, Werkzeugkasten. Wie sieht's denn aus? Muss man irgendwie Werkzeug finden? Na, was haben wir denn da? Ja. Das ist ein Motor. Und wieder zu. Na, tolle Wurst. Ja, hier werde ich jetzt wahrscheinlich nicht rankommen. Nee. Das kommt ein bisschen... Na, von unten. Ja, genau. Mach ich halt auch immer. Ja, wenn ich halt vor irgendwas stehe, war zu drei Meter hoch, steck mich auch erstmal so hin. Nee, komm nicht an. Man muss das erstmal selber probieren. Um den einfach festzustellen. Nee. Wurde nichts. Haben wir denn noch... So, nach hinten kommst du nicht mehr. Ach so. Dann nehmen wir mal hier deine Kletterkralle. Ja. Äh... Kann ich meine Habe? Oh. Aber dann hat's ja keine Wache mehr. Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefahren. Hilda. Hilda. Das ist was ich sie kenne. Nicht zufrieden. Bitte, kann ich Hilda? Ich will sie gut geholfen. Sie wird nicht ein Schrappchen bekommen. Schön. Ich habe jetzt deine Wache. Nicht ein Schrappchen. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Nein, Scheiße! So, jetzt... Nimm Hilda. Ja, und jetzt nimm doch die Batterie. Nimm doch einfach raus. Ja, das ist doch gut. So, rumpet ab, Junge. Nimm doch ab. Ja und? Mach das noch gut festgeschraubt. Ja und nun? Warte mal, wo ist denn hier? Ist denn hier irgendwas? Schraubens hier oder irgendwas? Ne, mach doch mal da unten. Achso, man muss das jetzt... Man muss das immer... Mach es doch ab! Nimm es doch! Mach es doch ab! Geh mal, mach es doch! Endlich und jetzt oben! Molly! Oh! Okay! Zielt das jetzt eigentlich als Quick-Type? Nimm es! So! Und nochmal! Jetzt aber! Ja, ist doch... Nimm es! Nimm es! Es ist weg! Ja! Äh... Wunderbar, 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 wunderbar! Du hast das weg! Und jetzt sind die Batterie... Ah, da! Nimm es! Ja, aber wir haben noch ein Problem hier! Lass es hier, ich werde es entfalten! Okay, folge mich! Das ist echt schwer! Äh... Okay! Move your ass! Okay! Los! Lett' auf da! Hurry, hurry, Mr. Curry! So! Und jetzt? Ist jetzt umso weg! Okay... Na gut! Wollte grad sagen, also Lärm kannst du jetzt auch machen! Ist das jetzt so... Ja, die sind ruhig! Ah, so ein Kletterhaken! Ist schon echt geil! Die hat echt Power! Die hat richtig Power! Also mehr als Kenny! Kenny hat uns wieder fallen lassen! Ja, Kenny hat schon... Hat uns schon wieder mal fallen lassen! Den du wuchst! Aber der ist auch angeschossen! Aber der ist auch angeschossen! Ja! Komm schon! Schaffen wir niemals! Oh, die hat ne Batterie hinten drinne, Alter! Komm schon! Was bist du? Jump! Ich weiß nicht! Yes! Ging noch! Super! So, ob die anderen auch schon so erfolgreich waren? Ich glaub nicht! Komm schon! Nachher! Was? Sag mal, du hast die Batterie! Willst du mich verarschen? Warte! Du hast noch die Batterie! Ja, ich denke, ich werde darauf halten! Sicher, dass du nicht ohne mich verlassen! Tschüss! Mach doch jetzt keine scheiß Einzeltour da! Ey Mann! Oh! Wer bist du denn? Achso! Das ist der Arzt! Wer bist du denn? Das ist der Arzt! Danke! Aber ich denke, wir sind fast in! Wir haben uns geholfen, Lea! Nein! 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 Wir stehen einfach vor einer verschossenen Tür! Gucken wir den anderen jetzt! Ja! Der Clementine zum Beispiel! Und ob wir an die... Ammunation gekommen sind! Wir haben hier Hilfe! Was ist nur los? Hör mich! 3 Und Dissmash , mach zu den Ding! 散 0 Ja, was? Nimm die Axt! Mach zu den Ding! Eidrücken! Hatta! Sehr gut! Das ist die Gratentür. Ich glaube nicht, dass sie groß hält. Ja, wir haben das Benzin. So, damit hätten wir jetzt schon mal zwei Sachen. Du bist zurück. Tatsächlich, ich habe auch eine Szene gerade. Ja, das sieht man. Das sieht man die ganze Zeit immer nur so an dem Türknopf so. Hast du die Batterie noch? Ja, Molly hat es. Sie sollte bald wieder hier sein. Sie hätte besser sein. Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich gemacht hätten. Kein Problem. Wir sind alle im selben Boot. Noch nicht. Ein paar Jahre. Er hat unsere Unterstützung gemacht. Er war wirklich großartig, bei mir zu kommen mit meiner Krankheit. Aber wie kommt man mit einem solchen? Mit einem Ort wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Survivoren hätte ohne Vernon. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Wir leben. Sie sind wieder hier mal? Ja, ich habe zu... Wie würdest du über der ganze Situation darstellen? Ich würde sie nicht darüber reden? Es gibt zu viele riesigeronische Erinnerungen. Dass ich sogar zurückbeing, mir auch schlechtes Gefühl. avaş jetzt, mit jeder tot, sterben? Ich habe keine Sympathie daran, was mit diesen Leuten passiert ist. Sie haben die Krankheit und die Ehre, sogar Kinder. Die, die nicht möglich sind, sich zu retten, damit sie ihre eigene Haut schützen können. Was hier passiert, wie auch Crawford fallen, ich finde es poetische Justiz. Verdammt, Frau, das ist kalt. Das ist, wie ich fühle mich. Wenn du das, was ich gesehen habe, fühle ich mich. Also du bist ein Cancer-Surveyor. Ich bin nicht mehr als die anderen. Ich wurde getestet, als ich in der Schule war. Ich habe seitdem die Träten bekommen. Nur, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, dass ich etwas Hoffnung habe. Alles, was passiert ist. Das hat meine ganze Familie verloren. Ich bin der einzige, der überlebt. Es ist lustig, wie Dinge funktionieren, oder? Ich bin ein bisschen beschäftigt hier, Lee. Vielleicht solltest du diese Batterie bekommen oder die Medizin helfen. Ein bisschen spielen, ein bisschen malen auf dem Teppich. Haha. Hopscotch. Oh, schön. Gut spielen. Na, machen wir. So. Oh, was haben wir hier? Vielleicht ist hier eine Kombination? Es sieht aus, dass sie hier ziemlich ein System hatten. Crawfords finales Lösung. Ah, aber guck mal, das war Number of the Inlegable Citizen found. Initials of Person Conducting Search. Ah, okay. Drei? Was ist das? Days since Outbreak. Drei. Drei. Ach so, nee. Numbers of Walkers found drei. Okay. So, und Clemmy? Wie läuft's? You okay, Clemm? Ja. Ja. Diese Duske ist wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, dass es wunderschön ist, aber ich vermisse es, dass ich in der Schule bin. Ja, das glaube ich denke. Ich auch. Ich war immer ein Lehrer, weißt du? Ich erzähle dir was. Wenn wir uns selbst ein sicheres Ort gefunden haben, setze ein kleines Klasse. Nur du und ich. Wird es Hausforschung? Keine Hausforschung. Wo ist Molly? Sie musste nachher gehen. Sie wird bald wieder zurück. Ich hoffe, dass sie okay ist. Sie wird gut. Sie wird gut. Sie ist ziemlich schwer. Ja, das ist so. Du denkst, dass alles wieder normal sein wird? Wie schon vorher? Wie schon vorher? Ah, leider nein. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass jemand die Antwort auf diese Antwort weiß, Clemm. Vielleicht gibt es jemanden da, um das zu lösen. Vielleicht gibt es jemanden da. Vielleicht gibt es jemanden da. Ich hoffe nicht. Das ist gut. Du hältst auf diese Hoffnung. Das ist die einzige Sache, die das aus dem Weg wegnehmen kann. Leute, kannst du den Fernseher anmachen? Keine Kraft, keine TV. Aber vielleicht finden wir ja noch den Schrankcode von dem Typen. Logan. Ja. So. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Wir holen noch ein paar Bücher. Kein Problem. Großer Bücher-Fan, aber da hört es mal auf. So, na dann. Lass uns doch mal schauen, ob wir ein paar Medikamente besorgen können. Ich wollte ja tatsächlich noch das auf dem Boden hier aufnehmen. Das, was du da irgendwo hattest. Deswegen, genau. G-Grabbeln? Patronenhüsen. Ja, war sicherlich nicht schön. S***! Okay. Ich muss mich auf dem Boden schrauben. Gut. Ja, ne, oder? Also, also, weiß ich nicht. Wie da oben? Was hast du denn bei da oben? Naja, kann jetzt hochkommen? Irgendwie. Die Frage ist... Oh! Na, das wurde doch nichts. Oder? oder? Warte mal kurz. Soll ich jetzt das Feuer öffnen? Ich mein, die andere Tür ist ja quasi verbarrikadiert, angeblich. Sag mal, wir knallen die alle ab, wir knallen die alle ab! Okay. Na, jetzt muss es aber gut sein. Kein Problem. Das war nicht schlecht. Schneller als mein Schatten. Das war mal wirklich nicht schlecht. Was zur Hölle ist passiert? Sie wanderten in die Halle, nachdem wir in die Tür kamen. Ich glaube, sie haben uns gehört, um uns herum herum. Das ganze Ort ist infestiert. Sie sind überall. Calm down. Ich zeigte sie. Was ist mit den Meden? Wir haben das, was wir brauchen? Ja, das ist unser anderes Problem. Schau mal. Sie sehen, wie sie alle die Meden in der Preskriptionen haben wollten. Du weißt, wer die Kombination haben wird? Den Typen, den Molly von wahrscheinlich umgelegt hat. Das Ort ist zu überraschend. Nein, das ist sicher. Das ist unsere beste Chance. Ja, es wäre viel schneller, wenn wir nur die vier-Digit-Kombination hatten. Ich glaube, sie haben es einfach geschrieben und haben es hier gelegt, um uns zu finden. Wir sollten nur versuchen, es zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Okay, du kommst. Ich schau mal. Ich schau mal, um zu sehen, ob ich etwas sinnvolle finden kann. Gott, Alter. Darf doch nicht wahr sein. Ich weiß, ob wir jetzt hier den Code irgendwo finden. Im Kopierer noch. Ist bestimmt gerade kopiert worden. Voll die guten Details. Die Decken mit den Löchern drin. Ja, das sind diese Akustikplatten, ne? Irgendwie. Das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. So, hier haben wir Zettel. Krankenakte. Na, von wem wird die wohl sein? Anna. Oh je, noch ein Tape. Ja, ich quatsche jetzt nicht mit dir. Krass. Wir müssen da hier mal aus dem Pusche kommen. So, Telefon wird nicht funktionieren, weil kein Strom. So, hier auf dem Bett. Ja, time to rest. Oh, was ist das? Ultraschall. Ich sag dir, die ist Schavanger. Ich wollte gerade sagen, können wir das nicht aufschießen einfach? Meinst du? Aufschloss? Also, bei jedem normalen Safe, sag ich. Ja, nee. Okay, ja, gut. Bei jedem normalen, aber das ist jetzt einfach nur nur noch 15 schloss, oder nicht? Ich weiß nicht. Sieht sehr stabil aus. Wir werden nicht mehr so weit aufschauen. Wir werden vielleicht etwas finden, um es zu öffnen, aber es wird Zeit genommen. Wir haben nicht Zeit. Omeed braucht diese Medizin. Wir müssen es jetzt öffnen. Ich glaube, wenn du jetzt schießen würdest, dann würdest du es vielleicht sogar, na, vielleicht sie sogar verletzen. I don't know. Ihr habt euch alle schon die Tape ausprobiert? Ja, Lee. Oh, da ist der Code gegebenenfalls in dem Fach von Logan. Das kann auch sein. Warte mal, Kamera? Geh mal zur Kamera. Die Kamera kannst du auch noch andütteln, oder? Oh, da kannst du dir das Tape angucken. Das ist bestimmt noch jeder, der gerade die Kombination einnehmen wird. Vernon, Christa, komm, schau mal an das. Das ist Day 82 seit der Ausbruch. 1547. Dr. Logan in Consultation. Anna Correa. Anna Correa. Das ist... Das ist der Typ. Das ist der Scheiß Typ. Ist sie das nicht? Molly? Nee, die... Christa. Was drückst du? Red doch nicht. Lass mir doch mal einen Code eingeben. Ich will das aufschreiben. Anna. Aber ich brauche, dass du nicht später zurückkommen möchtest. Oder ich habe keine Wahl, aber mich über mich informieren. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Gibt es jetzt noch den Code ein, oder nicht? Was? Verdammt. Wir haben es fast gehabt. Was für die Hölle ein Ort war das? Wie Molly gesagt hat, das Schlimmste. Lee, vielleicht gibt es noch eine Tape. Wir müssen weiter schauen. Ich glaube, ich habe diesen Doktor gekannt. Er war einer der Walkers in der Alley bei der Auto-Shop. Vielleicht sollte man ihn suchen. Mal sehen, was er auf dem haben. Nein. 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 Wir haben keine Waffe mehr. Also wir haben jetzt eine Pistole noch irgendwie, die wir wahrscheinlich jetzt aber schon mal irgendwann leer geschossen haben. Irgendwie. Was waren das? Fünf, sechs Walker? Vor der Tür? Der Beil haben wir nicht mehr. Steckt da an der Tür. Sieht nicht gut aus. Ich sag, wie das? Ja. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir gehen entweder direkt instant zu der Autowerkstatt, oder wir gehen nochmal zurück zu Kenny, um zu gucken, ob sie endlich den Munitionsdings da rumste offen haben, um uns nachzumunitionieren. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt offen haben. Also, ich weiß ja nicht. Geheimwaffe klemmen ist aber auch noch da. Ja, aber die möchte ich nicht einsetzen. Oh, Euro-Palette. Euro-Palette. So, jetzt hier wieder rüberklettern. Ja, und jetzt bricht das. Jetzt kommt. Wo, 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 wüh, 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 du schwein. Und jetzt tritt ihn ins Gesicht. Oder so. Ihr habt noch ein Fernseher bei ihr gehabt. Hat Molly gerade geschmissen wahrscheinlich. Mal blöd gefragt, wie kommen wir denn danach wieder da weg? Also, wenn wir jetzt über den zu spät drüber sind. Das ist eine gute Frage. Ist der Typ weg? Oh, no. Achso. Accreed. Na dann hinterher. Ja. Ja, aber um den ist es auch nicht schade. Ja, und jetzt mal noch mal ein bisschen angrabbeln. Den TV hatte sie auch in der Handtasche, ja. Die Molly. Wie dem Wagen hier aber. Ach, der hat nur eine Kassette bei ihr gehabt. Ah, jawohl. Die sechs. Irgendwas. Ja, aber wohin? Wie denn? Lol, er kommt einfach so zurück. Okay, wir müssen uns keine Gedanken machen. Okay, cool. Oh, warte mal. Wirklich, ich bin ja neulich, die Stöhne. Mhm. So, Koffer, er remembered sich jetzt. Du, du, you remember? Ja. Nice. Und, was haben wir da? Was hat der Arzt da? Noch ein Videoband. Ja, zog schon mal ein Popcorn. Wurde, das ist ja Videoabend jetzt. Nose. Jetzt sind sie weg. Ich habe zwei mehr Tapen gefunden. Eine von ihnen ist auf Oktober 10. Das ist der Tag, nach dem ersten, den wir gesehen haben. Put it in. Put it in. So, das wäre ja geil. Nennt jetzt mal der Kotrofer. Ja. Ja. Ich will nicht die Regeln machen, Anna. Doktor, ich bedanke mich. Bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du es wieder versuchen. Aber für heute, heute, müssen wir das machen. Okay. Nice, abgestochen. Hat er jetzt den Code eng gegeben oder nicht? 7, 2, 7 habe ich irgendwann. Echt, ich habe irgendwas mit einer 4, 2 gesehen. Komplett. Andere 7, 2, 4. Wie weiter? Okay. 7, 2, 4, wie weiter? Geil, okay. Jeder hat was anderes gesehen. 13, 8, 6. Was hast du? Er hat gesagt, sie ist schwer. Ja, hundertprozentig. Es ist nichts. Das war einfach... schwer zu sehen. Nichts. Nehmt mich über mich. Ich bin gut. Okay. Lass uns die Mede und weg uns aus. Wo ist Ihr Geschäft? Ja, südländisch. Ja, südländisch. Antibiotika? Morphine? Wir nehmen so viel davon, wie wir können. Okay, ich denke wir sind gut. Das ist mehr als genug für Ihre Leute und meine. Dann kann die Party starten. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben die Mede für Omeed. Das ist alles, was ich übernehme. Wir gehen zurück in die Klasse. Nicht zu lange, Lee. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns jetzt noch das dritte Band angucken oder nicht? Naja, ich würde sagen ja. Also. Okay. Alles gut. Und ich sage, Molly ist drauf. Würde ich jetzt mal tippen. Ansonsten hätte ich nicht so krass auf den Arzt reagiert. Irgendwie. Also ich muss den Arzt kennen. Oh. Oh, iiih. Listen, as fun as this was, I have to put a stop to this little arrangement. This is the last I can give you. Why? Oberson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes, we had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die. Or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can. But I have to look out for myself here. Yeah. That's the Crawford Way, isn't it? Okay. Well, shit. Tja. Ich denk, ja. Ich, ja. Hat er verdient, was er gekriegt hat. Der Arsch. Hat er verdient. Also, was danach passiert ist. Nicht. Auf dem Video. So, na dann kann ich ja nur hoffen, dass Molly jetzt mal langsam mit ihr Brucksack voll Batterien und ähnlichen und Fernseher und was da noch alles so drin hat. Zurück. Komm. Jesus Christ. Oh. Was? Was? Ich nehme die Batterie jetzt. Oh. Ja. Äh, über das. Ja. Was ist mit der Batterie? Ja. Ich bin nur verrückt. Oh. Hier geht's. Nicht witzig. Echt nicht witzig. Was ist das? Ja. Nichts. Was ist mit Crawford, schon so. Ich weiß es was Crawford schon so. Ja. Wer hat das erzählt. Ich sehe dich auf dem Sicherheitsantrieb. Warum liefst du mir an? Ich sagte es sich, über Crawford zu sprechen. Ich dachte, es gab immer vinegar. Ich habe nie gesagt, wie ich es wusste. Ich habe nie an dir über das. Ich habe nie zu dir gemerkt. Und sogar wenn ich was machst, dann was? Ich habe dir nichts daran verdient. Du hast meine Leben noch mal tr akzeptiert, aber du kannst mir nicht sagen. Du kannst mir die Wahrheit? Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Freundin. Sie war 14 Jahre alt. Als die Mäste angefangen zu gehen, und Crawford hat sich in den Kopf geschlossen, war es ein ziemlich guter Problem. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchten, um zu überleben. Dann kam die Regeln. Keine Person, die nicht auf ihre Platz verabschieden können. Keine Person, die spezielle Behandlung. Meine Freundin war Diabettig. Und von Crawfords-Rufen hat das ihre Diabettung gemacht. Ich hatte es ein secret. Ich hatte sie sicher für so lange, wie ich konnte. Aber im Endeffekt, ich konnte sie nicht schützen. Das ist, als ich rausgekommen bin. Crawford... Sie haben immer darüber gesprochen, wie ihre System funktioniert. Wie alles besser war, als einer von ihnen zu werden. Aber ich sah, was sie bereits geworden sind. Ich wünschte, dass ich es gesehen hätte, bevor es zu weit war. Bevor sie kamen und meine Freundin weggebracht haben. Ja, sehr, sehr krass. Sehr mutig und sehr engagiert von ihr, ne? Irgendwie. Ja. Mir egal. Bitte nicht. Das ist für scheisse Ei. Oh no. Okay, die sind weg. Und wir rennen hier rum wie so ein Schlumpf, Alter. Wir haben nur eine Molly bei. Oh! Jesus! Ben! Sorry, sorry. Ich habe nur von diesen Bellen geklappt. Und dann hörte ich so viel zu kommen. Habt ihr Clementine alleine? Nein. Penny ist mit ihr. Wir können noch nicht die Armour-Tür öffnen. Du hast mich raus, um etwas zu suchen, was wir nutzen können, um es zu öffnen. Wie ist das? Ben? Wo hast du das? Ja. Oh! Ich habe es gefunden. Es war in der Türknopf am Ende der Halle. Oh! Ben! Oh! 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 Schrauben! Ja, ja! Danke. Es war nicht ich! Ich gehe, Kind. Schöne Schuss! Ha, 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 ha! Nice! Komm, Clemmy, schnell weg! Ja, das Schießdrehen hat sich bezahlt. Was ist passiert? Sie kommen. Oh, Scheiße. Das sollte sie halten. Sir, aber jetzt, wie können wir rauskommen? Durch die Armourie. Wir können nur diese verdammte Tür öffnen. Komm schon, verdammt du! Äh, dieser Bände ist auch nicht so... Der hätte kass. Der hätte kass. Nein. Warte. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet, dass das alles deine Fault ist? Kenny, ich bin sehr entschuldigt. Ich bin sehr entschuldigt, Mann. Kunde! Das ist nicht der beste Zeit. Was du getan hast, schau es nach später. Ben! Schau dich! F*** du, Lee! Ich kann das nicht mehr machen. Es hat mich alles zusammengezogen, die alle uns in Gefahr, die Kaccha und Duck, es war alles ich. Es war alles ich. Es war alles ich. Ich bin im Keller und dann ist gut, jetzt irgendwie. Heiß sich zusammen. Was hast du gesagt? Es war ich, die mit den Banditern am Motorhof zu machen, sie schliefen. Ich dachte, vielleicht könnte ich sie aus unserer Beine. Und wenn es gefunden wurde, das ist, das ist, wenn sie attackten. Und das ist, wenn Duck... So, Ben. Jetzt wird sich Kenny wahrscheinlich töten. Das ist, wenn ich das nicht mehr mache. Ich bin ein Fehler. Ich bin ein Fehler, du bist, du bist! Du bist tot, du hörst? Du bist, mein Frau und Kind? Du hast die Böden gebetet. Sollen wir uns jetzt in Ben stellen? Jetzt? Ja, auf jeden Fall. Aber all I want to do is get back to Omi and you put that in risk. Wait, don't I get a vote? Ja, klar. Of course you do. Oh nein, hon. Nein, wir stellen uns ja dagegen. We don't leave friends behind. That's my vote. Oh shit. Okay. Oh ho ho ho. Stopp mal kurz. Also, wir haben jetzt die Wahl. Wir können jetzt Ben doch über die Klinge springen lassen wahrscheinlich, aber den haben wir bei Clem verschissen. Den haben wir bei dem kleinen Schmetterling verschissen. Das muss uns klar sein. Aber sie kennt doch nicht alle Fakten. Das muss uns klar sein. Also, außer das, was sie gerade gehört hat. Aber... Das ist aber die Situation, die denn ist. Das muss uns klar sein. Chat? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Also, ich würde ja wirklich sagen... Was du... Ist mir schon klar, was du... Weg. Ganz einfach weg. Ey, er hat uns zweimal angelogen. Also, wir haben ihn mehrfach gefragt. Ja? Im scheiß Wohnwagen. Von wegen, warst du das mit den scheiß Medikamenten in den Bandit? Nein, ich war es nicht. Ich war es euch. Ich war es nicht. Dann wurde die eine wegen seinen Lügen gekillt. Die andere haben wir da gelassen. Die, die andere gekillt hat. Mit der wir eigentlich ein Date wollten. Verstehst du? Und... Er hat immer noch nicht die Schnauze aufbekommen. Dann am Ende fragen wir ihn auf dem Zug. Fragen wir ihn noch mal ernsthaft. Unter vier Augen. Ey. Freundchen. Wie sieht's aus? Warst du das nicht? Was macht er? Nein, ich war es nicht. Ich war es nicht. Und dann kommt er um die Ecke mit. In der Schule. Ah du, hör mal zu. Hm. Mein Gewissen plagt mich. Ich war es doch. Was für? Nee. Einfach. Back. So. Was sagt der Chat? Ja. Ist schon sehr stimmig deine Argumentationskette. Die Frage ist halt. Kann man jetzt nicht alles sagen. So. Wenn du es n'erlassst. Jojo ist meiner. Ich sag's dir. So weg mit ihm. Wie gesagt. Wenn du ihn schon mehrfach ansprichst. Ey hör zu komm. Die sind unter vier Augen. Komm. Vielleicht war scheiße. Hast Kacke gebaut. Okay cool. So. Pipapo. Bla bla. Und er sagt die ganze Zeit. Nö. Du. Nee. Ich war es nicht. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke mit. Hey du hör zu. Ich war es doch. So. Wir müssen uns jetzt. Okay. Also Ben muss weg. Gut. Wir haben uns dafür entschieden. Komm. Tu es. Ja schön Jojo. Tu es. Los. Tu es. Tu es. Die Frage ist jetzt. Auf welcher Position ist denn das jetzt. Weil wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit da ist. Um da jetzt was anzuklicken. Ähm. Ich weiß. Das enthalten wir ganz unten war. Ben glaube ich. Äh. Da lassen wir glaube ich mittig. Mittig oder oben. Okay. Dann habe ich jetzt nicht viel Zeit. Wir lassen ihn gehen. Nein. Fuck. Nein. Nein Mann. Däglich. Oh. Oh. Und jetzt bleibt wieder eine da liegen liegen. Äh. Mann. Ja. Okay. Nur weil er so blöd war und eine Axt da rausgenommen hat, die zum barrikadieren war, Alter. Ich sag dir eins. Ne. Oh, scheiße. Mach zu. Mach zu. Mach zu. Äh, wie geht's? Oh, Schotten. Okay. Gezielte Kopfschüsse bitte. Ja, wenn sie S um zu fliegen, also nach hinten. Immer schön nach hinten laufen. S drücken, S drücken, S drücken, S drücken, bevor du überrannt wirst. S drücken, S drücken, S drücken, bevor du überrannt wirst. S drücken, okay, wo du überrannt wirst. S drücken, okay, wo du überrannt wirst. S, hast du nicht gedrückt. Beat oben stand mit zurückgehen. S drücken. Penny, du bist, du kommst bei mir sehr leise an, tatsächlich. Du bist sehr leise. S drücken, um nach hinten zu gehen. S drücken, S drücken. Drücken, Sie bitte S, damit Sie weiter nach hinten laufen und nicht gefressen werden. Dankeschön. Na schön, den Teil geht's von deinem S, hier drücken. So, Pirl, los hier, hol den B raus. Zieh doch noch ran! Hm. Das lief jetzt eh so gut. Verpisst euch! Verpisst euch! Jetzt hol doch endlich dein scheiß Bein hier raus, man! So, bitte! Oh! Wer schneibt da? Das ist ja toll, Alter! In your face! Fasermacker! Und hier noch! Links ein paar und rechts ein paar, mein Freund! Und du bist so noch ein paar hin! Das ist Sparta, mein Freund! Zack! Und du hier und... Aaaaah! Ach du Scheiße! Ach so geht's auch! Geiler Move, Alter! Ja! Na die so richtig, wir bluten! Ja! 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 Klingt immer so, als hätte er in nem Tee, Alter. Ja so R-R-R-O-D, ja so... Oder haben wir so ne halbe Stuhl in den Moment! So, nun! They're coming! Der Boss. Lass ihn fallen. Scheiße. Lass ihn fallen. Lass ihn fallen. Lass ihn fallen. Ja, wir müssen los. Jetzt ist es so, wenn ich immer sage, dass Ben einen etwas anderen moralischen Kompass hat. Ben opfert sich, siehst du? Jojo sieht es auch. Ben opfert sich zum Wohl in der Gruppe. Tschüss. Lass mich gehen. Lass ihn gehen. Let's go. Er möchte es für unsere Gruppe tun. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Oh, sehr gut. Hey, Scheiße. Ich hab Scheiße gebaut. Boom. Fertig. Alles okay? Oh, ich! Ja. Aber durch ihn sind wie viele Leute jetzt gestorben? Alleine? Also wirklich nur alleine durch seine Aussagen und seine nicht vorhandenen Taten? Vier. Ach, schießt ihn! Ach, schießt ihn! Wir haben noch eine Medizin. Gut. Ich fühle mich, dass ich etwas benutzen könnte. Oh, schön. Schöne Pillen, schöne Antibiotika. Oh. Er hat es nicht geschafft. Dann ist es gegangen. Der dumme Scheiße, der ungefähr hat uns alle getötet. Lee steppte auf und hat das, was er hatte. Das ist, was passiert. Ach. Das stimmt ja gar nicht. Das ist gelogen. Danke. Du hast die richtige Sache gemacht. Trust me. Sie wird es verstehen. Und ich hoffe so. Ich werde auf dem Boot arbeiten beginnen. Okay. Mit ein wenig Glück solltest du bald besser fühlen. Ich bleibe hier für ein paar Stunden, um ihn zu checken. Lass mich wissen, ob du etwas brauchst. Danke, Doc. Ja, danke. Danke. Vielleicht ist es eine gute Zeit für dich und ich, um ein bisschen zu sprechen. In private. Das ist das Problem. Das ist das Problem mit Brie. Was hat mit Brie passiert? Nicht auf dich auf das. Es gab nichts, was du gemacht hast. Was hat mit Brie? Was? Ich bin nicht so fühlt. Ich bin nicht so fühlt. Ich bin nicht so fühlt. Ich muss nicht so fühlt. Ich muss nicht so fühlen, was er zu haben. Ich habe mich nicht so verletzt, was er hat. Das war so, als ich meine Frau verloren habe. Als ich meine Freunde verloren habe, in den ersten paar Wochen. Aber jetzt, ich bin nur so etwas wie das. Ich bin so, wie das ist. Das ist wie das unser Welt ist. Ich bin jetzt schon. Und wir haben einfach nur mit dem. Was hast du mit mir gesagt? Ich weiß, dass du das interessiert hast, Clementine. Jeder kann das sehen. Und ich weiß, dass du das besser für sie ist. Aber dieses Plan von deinem? Auf die Leute auf einem Boot mit keinem Bestand. Du glaubst, dass das sie beste Chance ist, zu finden, wo sie sicher sein kann? Weil ich nicht. Also, ich will dir eine Anfrage. Was? Was? Ich nehme sie aus deinen Händen. Ich nehme sie zurück mit mir, zu meinen Leuten. Wir sind gut verabschiedet, gut geblieben. Und viele von uns haben Kinder von uns selbst. Und jetzt hat Crawford fallen, wir haben nichts mehr zu Angst von ihnen. Sie wird sicher mit uns. Sie wird sicher mit uns. Sicherer, als sie wird, wenn sie mit dir bleibt. Ich versuche dir. Das ist was du für sie brauchst. Ist es? Ich bin sicher. 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 Ich weiß, dass du sie machst, was für sie ist. Und wenn du sie realistisch ist, dann hätten wir diese Gespräche. Aber du bist nicht. Und du mit dir ist nicht das, was für sie ist. Wenn niemand anderen hier im Raum sagt, dann werde ich das. Tja, hätte jetzt nicht so ernten müssen, aber ... hat's ja so gewollt. Also, geht doch die Kleine jetzt da nicht irgendwie zu, zu den ganzen Kranken und, klingt jetzt bescheuert, aber schwachen, das ist doch, wo sind denn da ihre, ihre Überlebenschancen irgendwie, nur weil sie da ein paar vorgegangen haben. Das ist richtig. Du solltest mit uns kommen. Viel Feier. Ja, Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. Listen, I'm not much for goodbye. Tell the others for me. Sure. You take care of yourself, Mommy. You too, Lee. Oh, schade. Sie wäre eine gute Unterstützung gewesen für die Truppe. Man, die Frau, da. Kleine Psychiapartin. Be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Good luck. Ain't nothing to do with luck. Hey, Sweet Pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do? After he fixes it? Where will we go? No. I don't know. What's the issue? Some place else. Some place better. Clem, honey. What's wrong? What happened to Ben? What did Kenny mean when he said you did what you had to? Clem. You have to believe me. I tried to save him. But Ben didn't want me to. What do you mean? What Ben did was very brave. He knew we were running out of time. And that saving him might put everyone else in danger. So he told me to leave him behind so the rest of us could get away. I know that's difficult to understand. I understand. You do? Yeah. He thought about other people before he thought about himself. My mom always told me that's what makes a good person. Well, she was right. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? Sure, we'll look before we leave. Really? You'll take me to Crawford so we can look? I feel you didn't really mean it. Scheiße. Ja. Schön verkackt jetzt hier. Ey, Dreck. Zum Mist. Nein, lass doch nicht da ein Funkgerät jetzt da. Die Beknackten haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Nee. Aber er bleibt dabei hier. Also er lässt das Funkgerät ja nicht einfach nur da. Aber er schläft ein. Das ist also ein Funkgerät wieder am Kotel. Schön. Clementine? Oh nein. Ist sie jetzt alleine auf dem Weg zu Crawford gegangen um zu gucken? Nach ihren Eltern? Oder sind alle abgehauen? Und wir wurden zurückgelassen? Das wäre eine krasse Nummer. Das ist doch nicht genug Platz auf dem Boot gewesen. Clementine? Clementine! Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Grim. Hm. Eins ist ein Bait? Ah! Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Verstecken? Zeigen. Zeigen. Verstecken. Zeigen. Verstecken. Zeigen. Zeigen. Verstecken. Ich weiß es nicht. Verstecken? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Wander. Das ist ein Wander. Das war die Jumie von hinten. Also wo ist Clementine? Clementine ist weg. Nein. 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 Ja. Die gute Zeit ist. Es ist immer nicht aufhonorous, um weiter zu gehen und越来. Und ich werde ihn natürlich nicht wieder verlassen. Ich brauche wirklich um ihn davon zu sein. Ich hoffe du siehst. Aber du musst es so tun ohne uns. Ob du sie nachvollziehen musst. sci ¿ut das? Du ent saçst. Ich verstehe das. Es ist immer so kerklich wie Pause hinter mir. Ich essentially zeige das jetzt her. Kenny ist mit dabei. Ein schlechter. Ei, 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 ei. Krass. Das sieht nicht gut aus. Ah. Pass auf, jetzt ist da auch keiner mehr. Ja, würde mich nicht wundern, wenn die weg sind. Wie überraschend. Genau. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Hmm. Oh shit, natürlich kommen die jetzt. Okay, aber die sind nicht wegen uns hier. Oh, vielleicht doch. Weiß ich nicht. Oh shit, grimm. Clementine, are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Doh-doh-doh-doh. Motherfucker. Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Okay. Oh ho 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 ho. Nein! 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 I'm notestructibles. Kissing Dios. Tschüssing Dios. Filipe Jonas. ів